Fröhlich Plastics Group, ein modernes sowie traditionelles Familienunternehmen mit Fertigungsstandorten in China, Osteuropa und Deutschland. Um unseren Kunden stetig einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, nutzen wir moderne und neueste Methoden, das passende Kunststoffteil sowie die optimale Fertigungsmethode zu entwickeln. Große Vorteile versprechen wir uns dabei, Metallkomponenten im Automobil in hochtechnische Kunststoffe zu substituieren. Bei zahlreichen Anwendungen konnten dadurch enorme Erfolge erzielt werden. Um nur wenige zu nennen, Kostenersparnisse im Vergleich Metall zu Kunststoff von bis zu 50%, Gewichtsreduzierung und damit einhergehend kraftstoffsparend und CO2 vermeidend sind in der heutigen Zeit wichtige Anforderungen, die es zu erreichen gilt. Wir verstehen es auch, kosteneffizient in vollautomatischen Fertigungsprozessen die hochgenauen Anforderungen der Bauteile zu erfüllen. Von Entwicklung über Kleinserien bis hin zu hochautomatisierten Großserienfertigungen können wir ein breites Spektrum der Kundenanforderungen in einem modernen Umfeld erfüllen. Weltweit aktiv. Fröhlich Plastics Group. We live plastics.